Liebe Jazzfreunde, nicht alle unsere Künstler haben sich selbst angesagt und so darf ich das wohl für Sie übernehmen. Deutschlands beste Big Band, Kurt Edelhagen, hat es sich nicht nehmen lassen, vom Salon du Jazz in Paris direkt nach Frankfurt zu kommen. Er spielt den Jazz Time Riff. 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 Er spielt den Jazz Timmer, dean Riff. Er spielt den Jazz Time Riff. Vielen Dank.